Okay. Weh, es war nichts Gutes. Silberclaim. Ja, das nehmen wir mit. Was lassen wir dafür da? Ich glaube... Ähm, wartet. Was lassen wir dafür da? Irgendwas, was nichts... Ähm, ich meine irgendwas, was eine Menge wiegt. Ja, waren das die Fliesen. Die brauchen wir nicht mehr. Was? Ich bin zu schwer belastet. Leck mich. Was wiegt denn hier noch nichts? Ich glaube, sie sind zu spitz. Brauche ich auch nicht. Ich habe eh nicht mehr vor, irgendwas abzubauen. So, jetzt loot the shit out of his. Dings, nehmen wir noch den Nirnwurz mit. Den er sich so dekorativ hält und... Ne, Waage brauche ich nicht. Warte, was liegt da für ein Messerchen? Ein Silberdolch. Der ist doch relativ wertvoll. Okay, du machst dich einfach mal bereit, irgendjemand den Schädel einzuschlagen, während ich dann einfach an euch vorbeischleichen werde. Und mich darüber freue, dass ihr mich nicht sehen könnt. Denn ich bin ein Ninja und unsichtbar. Und dann zu ein Ork. Mehr an Skil geht hier wohl gar nicht. Auf nach Bunga. Ich muss sagen, den haben wir es voll gegeben. Was war das hier? Azubas Schwein. Zu der wäre auch niemand, glaube ich. Die ist auch voll hässlich. Obwohl schon praktisch wäre, Azubas Stern zu hören. So von Dingskirchens her. Aber egal. So. Wir haben es geschafft. Hat lange genug gedauert. Tut mir leid, dass ich euch das angetan habe, mit dem einfach in der Kammer hocken und warten. Ich hätte nicht gedacht, dass man da nicht so warten kann. Ich dachte eigentlich, man könnte es, aber hey. Ich habe mich anscheinend geirrt. Jeder irrt sich mal. Aber seid froh, dass ich die Kunst des Upspeedens beherrsche. Zumindest ein bisschen. Und deswegen es nicht so lange gedauert hat, wie es eigentlich hätte dauern müssen. Der Unfall hat also geklappt. Hiermit überreiche ich euch diesen Dolch. Die Klinge ist bekannt als Leidensdorn und sie hat magische Kräfte. Ja, ihr seid wahrhaft eine Zierde dieser Zuflucht. Und ich finde, ihr habt euch ein Ich bin schlechter. Ich will aber verflucht. Ich bin zu schwer belastet. Was mache ich jetzt? Ich muss vier mindestens beziehungsweise fünf. Das ist eine Magie vom Himmel. Fertig. Wie war das? Brauche ich das? Ich glaube nicht. Weg damit. Was kann ich hier noch ablegen? Ich glaube den eisernen Bogen, den brauche ich jetzt. Das ist ja am wenigsten Wert von allem, was ich hier besitze. Ah, interessant. Klinge des Leids. Ich kann keine Questgegenstände entfernen. Okay. Dann bleibt erstmal der Silber durch mit hier. So, und jetzt ihr wollt mehr ab? Ja, ich will natürlich, ich nehme gerne an. Wie immer habt ihr mich nicht enttäuscht. Euer Ziel ist ein Dunkelelf namens Walendrett. Ein Gefangener entkam kürzlich aus dem Gefängnis. Er floh durch geheime Tunnel, die mit den Ab... Außerhalb des kaiserlichen Gefängnisses gibt es einen Schatz, der zu den Abwasserkanälen führt. Er wurde... Es kann nicht sehr schwer sein, Drett in seiner kleinen Zelle zu finden. Walendrett ist seit vielen Jahren im Gefängnis. Seine Zunge ist schade. Ihr erhaltet einen Bonus, wenn ihr den Auftrag ausführt, ohne eine der Gefängnisse... Ich glaube, das ist eine dieser Aufgaben, wo wir jetzt diesen ganzen Weg, den wir... Kann ich da jetzt eigentlich rausgehen? schwul. Ähm... Wo wir diesen ganzen Weg rückwärts machen müssen, so wie wir rausgekommen sind. Halt jetzt rückwärts, nur halt wieder rein. Es ist wie... Keine Ahnung. Aber zuerst werde ich hier mal ins Marktviertel huschen. Oder nein, ich düse einfach mal zum Bruma. Nach Bruma. Wo sich ja hoffentlich unser Freund Ongar noch befindet und mit dem werden wir erst mal handeln. Bisschen zeuglos werden. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, Maestro. Ich wünsche einen Trost auszubringen. Einen Trost auf mich, denn ich bin der Begnadest Auserwählte, der jemals gewesen ist und ewig sein wird. Und... Ah... Drangenborn ist eigentlich nichts als ein kleiner Fliegenschiss gegen mich. Auch wenn ich nicht schreien kann. Schreien bitte überbewertet. Ich bin mehr der stille heimliche Typ und mache mein Ding. Ich bin... Ihr habt die, bist gut? Nö, ich habe einfach nur Zeug, das ich loswerden will. Deswegen... Hm, was kann ich denn noch verkaufen? Naja, verkaufe ich das hier. 300... Brandwein, kann auch weg. Trank der Federn, nee, trank der... das würde ich eigentlich alles gerne behalten irgendwie. Schmutziges Tagebuch. Den Weckenstein? Ich weiß gar nicht, brauche ich den jetzt die ganze Zeit, wenn sich das hier jemand mal anschaut. Ich nehme einfach mal an, wir brauchen ihn nicht. Ich denke, für den Preis kann ich das Stück loswerden. Habt ihr noch mehr? Nein, da habe ich noch keine Helosumme. Jaja, du lachst mich. Schatten mögen... So, kann ich jetzt theoretisch noch... Finger des Berges auch noch 92. Pfiu, pfiu, aber Magie reicht nicht aus. Aber anscheinend, je besser wir in Magie werden, umso günstiger wird es auch. Weil es hat ja mal 93 gekostet, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Okay, wir wollen jetzt erstmal zu den kaiserlichen Abwasserkanäen. Da, wo wir ja schon mal waren, rausgekommen sind und uns alle lieb gehabt haben. Da ist auch ein Oblivion-Tor. Ernsthaft? Nee, uncool. Ich habe noch keine Lust, mich mit Oblivion-Toren zu befassen. Ah, Ratten! Wo geht es denn hier am besten lang? Ich glaube, der beste Weg ist der Weg, der nicht verschlossen ist und deswegen nehmen wir den. Hey, Schlammkrabbel, mal vollend. Das geht ab. Nichts. Tot. Klingt sehr interessant. Für zwei Abwasserkanäle. Eine Truhe mit schwacher Trank des Lebens. Zehn Gold. ich weiß nicht, was es noch besseres geben kann hier als Gold und noch mehr Gold. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen in die Richtung. Ernsthaft? Na ja, okay, dann gehen wir halt da wieder zurück und ich widerspreche jetzt mal nicht meiner Karte, denn meine Karte weiß ja alles. Es ging gesagt, ich muss da lang, oder? Ja, ja, okay, es ging gesagt, ich muss da lang. Gut, dann gehen wir jetzt mal da lang. So, und wo sagt es mir jetzt, dass ich lang muss? Nirgendwo lang. Gut. Das klingt vielversprechend. Ja, Tod von oben. Den hast du nicht kommen gesehen, was, kleine Schlammkrabbe. Und mein Schwert hat sich in Luft aufgelöst. Nice. Zeit, meinen Silberklammer auszupacken. Fetter Schaden, ahoi. Schutzkrabbi. Yeah. Keine Zeit mehr, um sich zu Kängler zu entwickeln. Ho, 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 ho. Voll der Insider-Pokémon-Bits. Wow. Eine Ratte. Nichts, was wir nicht schon mal getötet haben. Ähm. Wie sagt es denn, dass wir hin müssen? Also ernsthaft, was soll denn das? Wir müssen da nach links und wahrscheinlich doch nach rechts und hier springen wir von meinem Kont drüber. auch ernsthaft. Ich habe keine Lust, hier nochmal rauszugehen und ähm, Dinge zu machen. Deswegen sollte ich hier doch mal etwas in kürzeren Abständen speichern. Ah, damit ich nicht dann plötzlich ohne die heißt so schön Dietrich da stehe. Denn das wäre gar nicht nice. einfach alles wegkürzeren Abständen. So, das Ausgang bis allerheiligste in mir will ich was? Ernsthaft? Hier will ich hin? Ah, dann muss ich nochmal vielen Dank. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Aber egal. Hier gibt es auch irgendwo noch ein paar Teile. Neun Laden. Mega vorsichtig. Mega vorsichtig. Cool. Cool.